Ich bin Lisa und ich bin der Karl und im Rahmen des DFG Graduiertenkollegs Neurobiologie Emotionaler Dysfunktionen arbeiten wir für das Wissen. Wir und unsere Kollegen haben uns für das Wissen entschieden, weil uns unsere Neugier antreibt. Für das Wissen Wenn ihr mehr über unsere interdisziplinäre Arbeit an der Universität Regensburg erfahren wollt, schaut auf unsere Homepage vorbei oder folgt uns auf Twitter. Untertitelung des ZDF, 2020